Yo! Wo sind meine inspirierten Deutschlerner? Dieses Video ist für dich, wenn du an persönliche Entwicklung interessiert bist. Ich frage mich, wo ihr seid, all die inspirierten Deutschlerner, die an persönlicher Entwicklung interessiert sind. Denn ich habe in früheren Videos darüber gesprochen, dass ich ein Webinar plane über persönliche Entwicklung. Ich nenne es Lebenslust und Energie, ein Webinar über persönliche Entwicklung, über Zeitmanagement und so weiter. Und meine Idee ist, dass ich erstmal schaue, wie viele Leute daran interessiert sind. Und wenn genügend Leute interessiert sind, dann bereite ich das Webinar vor und ich schicke eine E-Mail, in der ich bekannt gebe, wann das Webinar stattfindet, beziehungsweise das Webinar wird höchstwahrscheinlich zu mehreren Zeiten stattfinden, damit auch jeder aus jeder Zeitzone teilnehmen kann. Das war meine Idee und ich habe einen Link geteilt. AuthenticGermanLearning.com Schrägstrich Webinar. Das ist der Link. Wenn du diesen Link besuchst, dann kannst du mir deine E-Mail-Adresse geben und damit weiß ich, dass du interessiert bist. Du bekommst dann automatisch eine E-Mail von mir, in der ich dich frage, was du am meisten lernen möchtest. Und ich habe bis jetzt noch nicht viele Antworten bekommen und niemand hat ein Thema genannt, in dem es um persönliche Entwicklung geht, dass er gerne lernen möchte. Ich habe E-Mails bekommen, hey, ja, ich möchte sprechen lernen oder ich möchte irgendetwas anderes lernen. Okay, gut. Kann ich euch gerne beibringen. Dafür gibt es den Unterricht, ja, AuthenticGermanLearning.com Schrägstrich Unterricht, ja. Das ist eine zweite Anlaufstelle für dich, falls du Hilfe von mir brauchst. Und auch dort schaue ich erstmal, okay, wie viele sind interessiert. Kann ich vielleicht es möglich machen, dass ich Gruppenunterricht gebe, sodass ihr alle nur eine geringere Gebühr zahlen müsst, ja. Also wenn ich es schaffe, fünf Leute gleichzeitig zu unterrichten, dann ist meine Zeit das wert, das zu tun, auch wenn jeder nur eine kleine Gebühr bezahlt, weil ich ja fünf Leute gleichzeitig lehre, ja. Und das kann Nachhilfe sein, das kann Sprachtraining sein und so weiter. Also auch da sammle ich Interessenten, ja. Aber wo sind nun meine inspirierten Deutschlerner, denen persönliche Entwicklung sehr am Herzen liegt? Denn es gibt ein paar von euch, denen das sehr gefällt, dass ich auf diesem Kanal auch ab und zu über persönliche Entwicklung spreche. Und wenn du zu diesen Leuten gehörst, ja. Wenn du einer meiner persönlichen Entwicklungsfreunde bist, ja, dann, oh, mein Wecker, dann besuche doch die Webseite AuthenticGermanLearning.com-Webinar, gib deine E-Mail ein und dann antworte auch auf die E-Mail, denn ein paar von euch haben noch gar nicht geantwortet auf die E-Mail, die ihr dann automatisch bekommt. Und sagt mir in dieser E-Mail, nicht in den Kommentaren, macht das lieber in der E-Mail, besucht den Link, gebt die E-Mail-Adresse ein, bekommt die E-Mail und antwortet dann bitte auf die E-Mail genau die Frage, die in der E-Mail steht. Okay? Also, wenn du interessiert bist an diesem Webinar, dann besuche den Link. Wenn nicht, dann nicht. Und wenn zu wenig Leute Bescheid sagen, dann findet der Webinar einfach nicht statt. Und das wäre schade. Nun gut, ich denke, er findet doch noch statt, weil ich bis jetzt nur in den Videos darüber geredet habe und noch keine Massen-E-Mail geschickt habe. Dann kommen bestimmt noch mehr. Aber ich möchte es auch erst mal testen, wie viele Leute interessiert sind, wenn ich nur auf YouTube darüber rede, weil viele YouTube-Zuschauer eher daran interessiert sind. Ja, weil ihr mehr, also mit euch rede ich mehr über persönliche Entwicklung auf diesem Kanal als auf anderen Wegen. Okay? Also, wenn du zu meinen persönlichen Entwicklungs-Deutschlernern gehörst, ja, wenn du einer der inspirierten Deutschlerner bist, die auch ihr Leben verbessern wollen in anderen Bereichen, ja. Das ist auch Teil des Mottos fast bei Authentic German Learning, ja. Ja, das Motto ist, genau, ich habe es einmal geändert, genau. Und jetzt ist das Motto, improve your German, improve your life. Vielleicht sollte ich auch einfach mehr dieses Motto leben und das werde ich auch machen in Zukunft. Ich werde jetzt mehr über persönliche Entwicklung reden, um euch zu inspirieren. Gut. Ich habe alles gesagt, was ich gesagt haben wollte und ich freue mich auf euch, auf euer Feedback und ich freue mich vor allem auf das Webinar, denn ich habe es noch nicht vorbereitet, und ich bin selber gespannt, über welche Themen ich alles sprechen werde. Alles basierend auf euer Feedback, besonders Zeitmanagement, denke ich, ist ein wichtiges Thema, denn viele, wirklich sehr viele von euch, haben mir gesagt, ich habe keine Zeit oder kaum Zeit, Deutsch zu lernen. Und das ist schade. Das ist schade. Deswegen möchte ich euch ein paar Techniken zum Zeitmanagement beibringen, damit ihr nicht mehr sagen könnt, ich habe keine Zeit zum Deutsch lernen, sondern dass ihr Deutsch lernen könnt und genug Zeit dafür habt, weil ihr Zeit in anderen Bereichen spart oder eure Zeit besser organisiert. Okay. Ich habe echt viel darüber gelesen, also nicht nur über Zeitmanagement, sondern auch über ganz viele andere Themen mit Bezug persönliche Entwicklung. und ich bin zwar jung, aber ich habe echt, also es gibt richtig viele Techniken, die ich anwende und ich denke, ich kann dir eine Menge beibringen, und das möchte ich sehr, sehr gerne tun. Also hoffe ich, dass du daran Interesse hast und wir sehen uns entweder später hier auf diesem Kanal oder im Webinar. Bis dann. Tschüss.